Klimagespräch mit Jürgen Hart bei der CDU Remscheid heute Abend. Jürgen, viele interessierte Bürger gekommen. Ein Thema, das die Leute in Deutschland interessiert. Heute ist auch ein wichtiger Tag für die Bundesregierung. Ja, heute hat die Bundesregierung ihren Gesetzesvorschlag vorgelegt. Den habe ich natürlich noch nicht gelesen. Aber wir haben in der Fraktion die Eckpunkte ja ausgiebig diskutiert, auch im Fraktionsvorstand mit der Kanzlerin selbst und mit der Parteivorsitzenden. Ich bin davon überzeugt, dass das, was wir den Bürgern jetzt vorstellen, geeignet ist, dass wir 2030 tatsächlich die Klimaziele erreichen. Also verhindern, dass das Weltklima kippt, dass wir aber gleichzeitig auch verhindern, dass die Menschen überfordert werden. Und das wird natürlich jetzt eine sehr aufwändige Arbeit, das wirklich für jeden einzelnen Fall sicherzustellen, dass die soziale Ausgewogenheit, aber auch die Angemessenheit der Maßnahmen gewährleistet ist. Das ist wahrscheinlich die größte Schwierigkeit, dass man einerseits den ökologischen Aspekt beinhaltet und andererseits ja nicht die Gesellschaft zerstört. Nachhaltigkeit ist ja nicht nur Ökologie im engeren Sinne, sondern Nachhaltigkeit ist, dass man einen Ausgleich findet zwischen Ökologie, also der Bewahrung der Schöpfung, aber eben auch eines nachhaltigen Wirtschaftens, dass der Wirtschaftsprozess so abläuft, dass man ihn ohne Schaden für Mensch und Umwelt theoretisch unendlich fortsetzen könnte. Und natürlich drittens auch die soziale Nachhaltigkeit, die gesellschaftliche Akzeptanz und Zumutbarkeit dessen, was wir machen. Und in einem solchen Sinne, glaube ich, ist die CDU die Nachhaltigkeitspartei und nicht nur die Klimapartei. Klimapartei sind wir auch. Klaus Töpfer als erster Umweltminister in Deutschland, Angela Merkel mit den großen Klimagipfeln der Vereinten Nationen in Rio, Kyoto und so fort. Und bis hin jetzt zum Pariser Gipfel, den sie als Bundeskanzlerin mit verabschiedet hat. Also da müssen wir uns von niemandem was vormachen lassen. Vieles von dem, was wir in der Klimapolitik schon erreicht haben, ist allerdings unter der Wahrnehmungsgrenze gewesen. Das war vielleicht auch ganz gut. Kein Streit darüber, aber es hat eben auch keiner darüber geredet, dass wir da schon ganz gut vorankommen. Aber wir müssen jetzt noch einen Zahn zulegen. Du hast es heute hier präsentiert. Viele Sachen, die in den letzten 20, 25 Jahren passiert sind, ist vielleicht wenig oder gar schlecht kommuniziert worden, dass der Bürger an sich das gar nicht wirklich realisiert hat, was alles die Bundesrepublik gemacht hat? Die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes zahlen jedes Jahr weit über 20 Milliarden Euro an Subventionen aus ihrer Stromrechnung heraus. Erneuerbare-Energien-Gesetz ist das Instrument zur Finanzierung von Windkraft und von Solarenergie und von Biomasse. Das ist etwas, was enorm dazu beiträgt, dass wir rauskommen aus Kohle und aus Kernenergie. Aber das ist eben nicht kontrovers im eigentlichen Sinne und wird deswegen nicht so wahrgenommen, wie es das vielleicht verdient hätte. Das Gleiche gilt für den Zertifikatehandel, CO2-Zertifikatehandel für die Industrie, was ja auch bedeutet, dass jeder die Industrie, ein Produkt der Industrie kauft, letztlich auch ein klein bisschen Klimawandelabgabe mitbezahlen muss. Ich behaupte, das sind weit über 40 Milliarden im Jahr, die allein auf diese Weise aufgebracht werden, seit vielen Jahren schon. Darüber müssen wir auch reden. Das habe ich an den Anfang meiner Betrachtung gestellt. Und dann gibt es 66 Maßnahmen, die jetzt sich in diesem Gesetzespaket wiederfinden. Und da muss man natürlich jetzt im Detail hingucken. Ich bin nicht der Experte, der jetzt alle 66 aufzählen könnte. Aber so ein paar habe ich schon drauf. Aber interessant war ja auch in der Diskussion, die danach nach deinem Vortrag kam, dass gewisse Punkte von den Remsch oder Bürgern angesprochen worden sind. Denkmalschutz war so ein Thema. Wie kann man den kleinen Bürger schützen? Wie kriegt man ja diesen ökologischen Wandel hin? Sind das die Punkte, die du aus dem heutigen Abend mitnimmst? Das Entscheidende ist natürlich, dass jemand, dem es gut geht, der kann sich alle drei Jahre ein neues Auto kaufen oder leasen. Und der verbraucht vermutlich jedes Jahr, jedes Mal mit dem neuen Auto weniger Sprit als vorher. Wenn der Sprit teurer werden sollte durch CO2-Zertifikate, hat er möglicherweise am Ende nicht mehr zu zahlen, um von A nach B zu kommen. Derjenige, der sich das nicht leisten kann, der vielleicht ein zehn oder 15 Jahre altes Auto hat, der hat einen Verbrauch, der über dem liegt und einen CO2-Ausstoß, der über dem liegt und kann es vielleicht nicht kompensieren. Die Frage muss beantwortet werden. Oder das gleiche gilt in der Gebäudesanierung. Der, der Geld hat, kann investieren in energetische Maßnahmen und die Heizkostenrechnung senken, die Gasrechnung senken. Derjenige, der vielleicht irgendwo zur Miete wohnt, wo der Vermieter sich um diese dann nicht kümmert, wundert sich darüber, dass mittlerweile die zweite Miete, nämlich der Heizkostenanteil, den er tragen muss, vielleicht sogar höher wird als die eigentliche Miete. Abschließende Frage. Eine Remscheider-Frage an sich. Öffentlicher Personennahverkehr, ein sehr wichtiges Thema für die Bürger in Remscheid. Viele sagen immer, wir sind ein bisschen abgeschnitten von der Rheinschiene. Kann, muss da was getan werden, dass wir öfters eine direkte Anbindung nach Düsseldorf haben, dass wir eine direkte Anbindung nach Köln haben oder vielleicht sogar ins Ruhrgebiet? Ich glaube tatsächlich, dass wir in Remscheid Nachholbedarf haben, auch wenn ich das mit meinen beiden anderen Großstädten im Balkhau vergleiche. Vom Wuppertaler Hauptbahnhof und auch vom Solinger Hauptbahnhof bin ich natürlich viel besser angebunden an Köln und Düsseldorf gleichermaßen. Wuppertal im Übrigen auch noch an Essen. Also das ist deutlich besser als in Remscheid, weil wir halt hier doch ein bisschen abgehängt sind. Ich habe immer wieder vorgetragen, dass die Zahl der direkten Züge in den Düsseldorfer Hauptbahnhof erhöht werden muss. Das scheitert dann immer daran, dass entweder keine Züge da sind, dass die Elektrifizierung eben wegen der Münchner Brücke nicht da ist und dass eben auch der Querverkehr von Zügen, die von Nord nach Süd und von West nach Ost innerhalb des Rhein-Ruheraums fahren, dass das ein irre Problem ist, was zu Stockungen und Stauungen führt. Aber wir bohren weiter an diesem Brett und ich finde, wir müssen die Direktzüge nach Düsseldorf von Remscheid einfach hinkriegen und dann müssen wir uns der Frage zuwenden, wie wir vielleicht auch direkt nach Köln kommen, was dann auch nochmal eine deutlich schwieriger Aufgabe ist. Dankeschön Jürgen Hart für dieses Gespräch. Also das Thema Klima wird uns in den kommenden Wochen und Monaten begleiten und auch bei uns werden wir immer wieder darüber berichten.